Sätze im Alltag Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Was machst du gerade? Ich habe heute viel zu tun. Hast du Zeit? Ich muss zur Arbeit gehen. Kannst du mir helfen? Ich verstehe nicht. Kannst du das wiederholen? Wo bist du? Ich bin zu Hause. Wann treffen wir uns? Um wie viel Uhr? Was hast du heute vor? Ich habe nichts geplant. Sollen wir zusammen essen gehen? Was möchtest du trinken? Ich hätte gerne einen Kaffee. Wie war dein Tag? Mein Tag war anstrengend. Ich bin müde. Ich habe Hunger. Lass uns etwas kochen. Was gibt's Neues? Es ist schön, dich zu sehen. Kannst du das Licht ausmachen? Wo ist das Badezimmer? Wie spät ist es? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich freue mich darauf. Es tut mir leid, ich bin zu spät. Wie heißt du? Ich heiße Anna. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Kannst du das Fenster öffnen? Es ist kalt hier. Es ist zu warm. Was machst du am Wochenende? Ich gehe einkaufen. Wann hast du Urlaub? Ich habe nächste Woche frei. Hast du schon gegessen? Ja, ich habe schon gegessen. Was kostet das? Kann ich mit Karte zahlen? Wo ist der Bahnhof? Das gefällt mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag.